Das Känguru hüpft vor dem Reichstag auf und ab und hin und her. In seinen Pfoten hält es ein Schild, auf dem in großen Lettern geschrieben steht Ihr dient dem Volk und nicht der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Deshalb macht euch darauf gefasst, wegen Insubordination belangt zu werden. Dabei singt es lauthals zu einer sehr wahrscheinlich selbst ausgedachten Melodie für die gaffenden Touristen erläuternde Hinweise. Tralalala, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein von Arbeitgeber und Wirtschaftsverbänden gegründetes Propagandernetzwerk des Schweinesystems. Humperumpertätere, man darf das neu als Euphemismus für gar nicht verstehen. Dirilli, dirillo, aber vielleicht muss man ja nicht immer alles so negativ sehen. Cha-cha-cha, die Initiative Gar-Nicht-Soziale Marktwirtschaft stellt zum Beispiel Materialien für den Wirtschaftsunterricht in Schulen zur Verfügung. Das ist doch total nett, groovy, funky, super nett und überhaupt nicht bedenklich. Yeah, yeah, yeah.